Gekkoi's Garage, time to flicks! Danke, Roti. Heute ist es wirklich heiß. Sieh mal da drüben. Babytruck und Mami Recycling wollen ein Picknick machen, aber Babytruck sieht gar nicht gut aus. Komm mit, Babytruck. Wir sehen uns dich an und schauen mal, was dir fehlt. Oh, das ist das Problem. Du glühst ja förmlich. Schnell, Mechaniker, holt Wasser! Oh je! Du hast nicht genug Wasser getrunken, oder? Es ist wichtig, viel Wasser zu trinken, wenn es so heiß ist. So ist es besser. Aber ich glaube, die ist immer noch zu heiß. Aha, ich hab's. Stell die Waschanlage bitte auf kalt, Roti. Okay, Babytruck. Zeit für eine Abkühlung. So ist's besser. Jetzt könnt ihr Picknicken faden. Habt viel Spaß. Bis bald.